Es gibt mega tolle Tanzlehrer hier, für jeden Stil, ich glaube, und auch für die besten Leute. Die Atmosphäre hier ist wirklich super, sehr familiär, unkompliziert. Es fängt immer wieder zu den Leuten zu kommen und darum machen wir Ging gerne weiter. Und von dem her gibt es für uns gar keine andere Adresse als Stenz oder Ama.